Musik Bis hierher, und nicht weiter Musik 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 Und hier kommt das auch alles weg, genau Musik 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 Hier wird der Legner weiter gebaut. Hässliche Creeper ohne Mist, hässliche Creeper. So, du kannst ja nicht zu Ende bauen, nur dass irgendwas hier um die Ohren fliegt. So. Wenn die wenigstens nur nachts kommen würden, dann wäre das alles cool. Dann könntest du dich darauf vorbereiten und nachts nicht bauen, weil dann fliegt ja alles in die Ohren. Aber wenn die auch tags um die Ecke kommen, das ist scheiße. So. Da haben wir eine Seite, ist ja schon fast fertig. Optionen, normal. Normal. Oh, machen wir mal das hier hin. Schauen wir mal, dass ich abgesichert bin. So, mach schon mal eine Fackel, weil ich da überhaupt nichts sehe. Ach, da ist einer, siehste. Da ist noch einer. Ah, die kommen da nicht drüber. Ich habe keinen angehuckt, oder? Doch, ich habe einen angehuckt. Oh, ist er. Aber die kommen ja gar nicht erwischt, das stimmt ja jetzt alles, äh, mit Regen. Okay. Gut. Ich sehe gerade gar nicht, was ich jetzt machen soll jetzt. Am liebsten würde ich pennen gehen jetzt gerade. Das ist jetzt, ähm, ärgerlich. Ähm. Ich könnte mir direkt mal zwei Türen machen und die hier einsetzen Daher stimme ich jetzt gleich Türen hier. Das ist super. Hier ist jetzt diese doppelte Holzwand Kann man eigentlich fast schon so lassen. Ich bin aber noch überlegt, ob ich das wirklich so mache So Huch Ich wollte die Papier setzen Angst Angst So Hey, da geht es nicht mehr Ich bin aber Ich bin aber Ich bin aber Ich bin aber Ne, wo ist es? Da. Moment, das kann nicht die richtige Mucke sein. Was ist das denn? Das könnte gar nicht rein. So, jetzt haben wir eine gute Musik hier. Autsch. Ey, das war zombiesicher. Du tust gerade mal eine zombiesichere Festung töten. Was soll der Scheiß? Headshot. Headshot. Woo! Woo! Woo, yeah! Oh mein Gott, ich muss schon mal essen. Ah! Ist gar nicht gut. Das ist Rcker. Hehehehe. Hehehe. Lass mich in Ruhe. Hehehe. Hehehe. So, ich esse Zombie-Fleisch, nam 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 nam, ja ich will das essen. Was passiert, was passiert da gerade? Was war das? Hä? Was war das denn? Das raffst du jetzt gar nicht, habe ich mich jetzt selbst geschlagen oder so? Wie, wie, tschick. Zombies, boah! Ah, Zombies! Uh, Creeper! Noch mehr Creeper! Noch mehr Creeper! Creeper! So viele Creeper, Creep, Creep, Creeper. Zombies! So viele Zombies. Zombies. Und was genau ist hier jetzt passiert? Alles mal wegbrinieren. Flup, flup! Flup! Wenn ich mit Zombie-Fleisch schlage, schlage ich mich dann selbst? Was? Ist das ein Bug oder was ist das? Traf ich nicht. Na gut. Dann bin ich halt gestorben. Steht es aber noch nicht ganz warum, aber ich habe es getan. Okay, der dann noch weg. So, und hier ist dann erstmal Pumpe. Was ich in dem Falle mit einer kleinen Steinmauer plus Zaun oben drauf abschließe. Da kann ich mir jetzt zumindest sicher sein, dass mir hier von der Seite nichts mehr auflauert. So, Moment, da. Genau. Also ich bloß in Ruhe. So. Ich weiß, ich hätte jetzt draufschlagen können und hätte das Level bekommen, aber pfff. Interessiert mich nicht wirklich. So. Hier noch Stein weg. Hier kommt eine Steinmauer hin. Eine einfache. So. Und auch das kann hier alles so bleiben. Und auch das kann hier alles so bleiben. Auch dieser doppelte Zaun, warum auch immer. So. Und hier kommt nämlich jetzt einfach... Steinen. Und mehr passiert da nicht. Da kommt jetzt einfach... Da hat der Erdmauer auch eine kleine Steinmauer hingebastelt. Und schon hat sich das Thema ein Jahr. So. Habe ich noch Steine? Nein, habe ich nicht. Oh. Klack. Lala. Lala. So. Da. Hier. Und hopp. Genau. Und hier kann dann... Huch. So wollte ich das nicht. Der Baum bis unten wird gesetzt werden. Ist auch kein Ding. Amt. Und ta da. So. Jetzt machen wir da oben... ... noch einen Zaun hin. Dann müssen wir dieses komische Ding hier... ... das schicke Bastel da. Das verkrüppelte... Ich bin ein Taun. Müssen wir da weg machen hier. So. Die Oberbeschicht kommt komplett weg. Das ist da noch Schwachsinn hier. La 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 la. Klack. So. Dann kommt das hier alles weg. Okay, das kommt auch weg. Dann kann das hier auch erstmal so gemacht werden. Und hier kann das ja locker so hier gehen. So. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So. So. Warte, das ist eigentlich schön. Dann kommen wir jetzt hier noch zu unten. Das hier, das kann weg. Das ist unwichtig. Hier und da noch eine Fackel rein. So. Fackel, Fackel. Fackel. Und jetzt kommen hier noch zwei Eimer. Mit frischem Beleidungswasser. So. Und erster. Und. Zweiter. Stein habe ich jetzt gar keine mehr. Ähm. Ach, da ist es doch. So. So. Dann schnell hier alles wieder. Weitermachen. Oh, wir haben hier jetzt nicht verguckt hier. Seht doch gut aus. So. 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 Wir haben hier hier. Da muss ja erst noch Wasser drunter. Was wir uns aber jetzt gleich holen. So. Hier Okay, dann machen wir Das jetzt mal so Nehmen wir uns jetzt hier was Doch ein wenig dunkel Klack Okay So Das sind jetzt achte, gell Hier kommen wir jetzt Doch klar, hier kommen wir auch nochmal achte Na klar, hier kommen wir auch nochmal achte So 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 Und klack Genau Hier kommen dann wieder Das typische Zeugchen Oh, dann hat sich das hier auch Super Ich brauche das mit einem Stein Und die kann ich mir gerade nicht holen Das ist doof Ich möchte auch gerne jetzt auf draußen gehen In dem Moment Habe ich die Kübe ausgeschalten Kann man dann noch was basteln oder sowas In der Art Irgendwie Uns nützlich tun Uns nützlich tun Nützlich tun Ich könnte ja nützlich Truhen bauen Was für ein Wortswitz Huch Sowas nicht gewarnt Beplant Jo Da kommt dann das hier rein Zum Beispiel Ne komm Wo war das Lol, warte mal So spät schon wieder Ui, ui, ui Liebe Freunde Ich muss hier an der Stelle Schluss machen Oh mein Gott Ich muss auf Arbeit Gleich Wir sehen uns gleich Wir sehen uns dann Bei der nächsten Aufnahme Wieder meine Freunde Dann werden wir Die Felder bestücken Höchstwahrscheinlich Langsam nach und nach Fertig sind sie ja soweit Müssen wir noch hinten Jetzt eine Reihe Wasser reinladen Und dann sehen wir uns Am nächsten Mal wieder Adios Ich muss los Ach scheiße